Wenn ich in Japan abends hier noch einen kleinen Spaziergang mache, zum Beispiel zum Kombini, weil man sich noch irgendwas holen möchte oder weil man einfach die Abendluft ein bisschen genießen möchte, dann sehe ich oft, wie viele junge Japaner aus einzelnen Gebäuden hier kommen, sich aufs Fahrrad schwingen und zu den anderen sagen, jo, bis morgen in der Schule dann. Und ich habe mich immer gefragt, was machen die, wo kommen die her und warum so spät zu dieser Zeit? Dann habe ich mir die Gebäude aus denen, die kommen, ein bisschen genauer angeguckt und dann habe ich herausgefunden, dass das sogenannte Jücke sind. Nachhilfeschulen in Japan. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte euch ein bisschen was über Nachhilfeschulen erzählen und warum die in gewisser Art und Weise eigentlich ein Riesenproblem in Japan sind. Bevor wir aber genau auf die Gründe eingehen, warum es so viele Nachhilfeschulen in Japan gibt und warum so viele japanische Schüler dorthin gehen, müssen wir uns erstmal ganz kurz angucken, wie ist das japanische Schulsystem überhaupt aufgebaut. Es gibt eine Grundschule, eine Mittelschule und dann ist die Schulpflicht im Grunde auch vorbei. Sechs Jahre Grundschule, dann drei Jahre Mittelschule. Also insgesamt mehr oder weniger neun Jahre Schulpflicht, obwohl die Schulpflicht auch nicht so aussieht, dass man auf jeden Fall zur Schule gehen muss. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Es ist nicht ganz so streng, wie es in Deutschland der Fall ist. Aber theoretisch geht man von neun Jahren Schule aus und danach gibt es die sogenannte Oberschule. Die geht auch nochmal drei Jahre und dann kann man auf die Universität gehen, wenn man möchte. Die Oberschule ist aber nicht mehr, gehört nicht mehr zur Schulpflicht oder zur Pflichtbildung, was heißt, dass man die frei wählen kann. Die Grundschule und die Mittelschule, da geht man in der Regel auf die, die im Wohnort in der Nähe sind. Das ist dann zugeteilt, je nachdem wo man wohnt, geht man auf eine gewisse Grundschule und auf eine gewisse Mittelschule. Das heißt, ab der Oberschule wird es also interessant, weil ab der Oberschule kann man aktiv wählen, auf welche Schule man denn gehen möchte. Und das heißt auch, dass die Oberschulen ein ziemlich verschiedenes Niveau haben in Japan. Das heißt, je nachdem auf welche Oberschule man geht, bekommt man mehr beigebracht und wenn man natürlich auf eine Oberschule war, auf der man mehr beigebracht bekommen hat, hat man es natürlich auch hinterher einfacher, auf eine Universität zu gehen, die ein hohes Niveau hat. Das heißt, die Wahl der Oberschule ist für viele Japaner ziemlich, ziemlich wichtig und ebnet den Weg in die Zukunft und dahin, ob man eine Karriere im Job haben wird oder nicht, schon ziemlich gut. Da natürlich viele bei dieser Wahl keinen Fehler machen möchten und schon ab der Oberschule auf eine richtig gute Oberschule wollen, müssen die natürlich eine Menge lernen, denn wie kommt man auf eine gute Oberschule? Indem man die Eintrittsprüfung absolviert und indem man unter allen Leuten, die die Eintrittsprüfung absolvieren, sich gegen die anderen durchsetzt, sodass man einen Platz auf dieser Oberschule eben bekommt. Und da gute Oberschulen ein ziemlich hohes Niveau haben und das Niveau der Eintrittsprüfungen auch weit über dem liegt, was man theoretisch in der Mittelschule lernt, gehen viele Japaner auf eine sogenannte Juku, also Nachhilfeschule. Diese Nachhilfeschulen finden meistens nachmittags oder abends statt, was einfach daran liegt, dass die Japaner in der Regel, wenn sie auf die Mittelschule gehen, aber auch schon in der Grundschule so bis halb vier, vier in der Schule sind, dann nach Hause kommen. Dann müssen natürlich Hausaufgaben gemacht werden und dann geht's in die Juku. Das heißt, viele kommen halt wirklich erst um 8 Uhr, manchmal auch um 9 Uhr, manchmal aber auch erst um 10 Uhr aus dieser Nachhilfeschule wieder raus, gehen dann meinetwegen noch baden, essen irgendwas und dann geht der ganze Spaß am nächsten Tag dann wieder los mit der normalen Schule. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wie viele Japaner genau gehen jetzt auf so eine Juku? In der Mittelschule sind es ungefähr 70% aller japanischen Mittelschüler, die auf eine Juku gehen, 30% nicht. Jetzt werdet ihr euch fragen, okay, wenn das denn so wichtig ist, warum gehen 30% denn nicht hin? Und die Gründe dafür sind natürlich verschiedenartig, also da gibt es viele verschiedene Gründe für. Ein ganz großer Grund ist, diese Juku sind in der Regel relativ teuer, das heißt, die Eltern müssen pro Jahr mehrere tausend Euro aufbringen, um ihrem Kind zu ermöglichen, auf diese Nachhilfeschule zu gehen. Das kann aber nicht jede Familie sich leisten, es gibt dann Familien, die nehmen einen Kredit auf, aber es gibt auch Familien, die sagen, nee, das geht nicht und deswegen können sie ihr Kind auf so eine Nachhilfeschule gar nicht schicken. Oder aber, das Kind ist in einem Kurabu, so nennen die Japaner, das ist ein Club an der Schule und einige Clubs, vor allem die Sportclubs im Baseballbereich, aber auch im Badmintonbereich, die sind ziemlich hart und die erfordern, dass man fast jeden Tag mit denen trainiert, für mehrere Stunden. Wenn das Kind dann aber nach der Schule in den Club geht und dann im Grunde danach in die Nachhilfeschule, hat es halt so gut wie überhaupt keine Freizeit mehr und da sagen dann auch einige, nee, ich bin schon so eingespannt im Club, ich habe nicht noch Zeit auf die Nachhilfeschule zu gehen, das mache ich nicht. Oder aber, die Schüler und Eltern sagen von vornherein, wir haben gar nicht Ambitionen, das Kind sagt, nee, ich habe gar nicht die Ambitionen auf die beste Oberschule zu gehen oder auf eine gute und dann auf eine Uni, sondern ich will meinetwegen eine Oberschule haben, die ist ganz okay, aber jetzt auch nicht die beste und dann möchte ich ins Arbeitsleben einsteigen. Diese Kinder gehen dann natürlich meistens auch nicht auf eine Nachhilfeschule. Das sind die Gründe dafür, warum 30% ungefähr nicht auf eine Nachhilfeschule gehen. Die Gründe, warum Leute dahin gehen, sind natürlich vollkommen klar. Dort sind sehr gut ausgebildete Lehrer in der Regel auch tätig, die natürlich genau wissen, was bei entsprechenden Eintrittsprüfungen an Oberschulen oder Universitäten gefordert wird und die einen dann wirklich perfekt darauf vorbereiten, einem die Dinge beibringen, die man in der normalen Schule nicht lernt, die man aber für die Eintrittsprüfung in einer guten Oberschule oder Universität braucht und die einen auch mit den neuesten Informationen versorgen. Weil die wissen immer ganz genau Bescheid, was gerade gelernt werden muss, was bei den Oberschulen und Universitäten gerade los ist, wie die Eintrittsprüfungen sind, welches Niveau man erreichen sollte, was man können muss, wann genau die Eintrittsprüfungen sind und so. Das regeln die in der Regel alles für einen, das wissen die alles. Das heißt, es ist für einen, wenn man Karriere machen will in Japan, wenn man auf eine gute Oberschule und Universität will, ist es eigentlich unablässlich, auf so eine Nachhilfeschule zu gehen. Man kann natürlich theoretisch alles alleine machen, alleine sich zu motivieren, zu lernen, alleine herauszufinden, welche Inhalte jetzt genau wichtig sind für die Eintrittsprüfung und alles. Das ist natürlich in der Regel nicht wirklich möglich als Schüler und die Eltern haben in der Regel auch keine Ahnung, woher sollen die auch Ahnung haben. Das ist ja nicht deren Hauptberuf, zu gucken irgendwie, ja, wie sind die Eintrittsprüfungen und alles. Das heißt, wenn man wirklich auf eine gute Oberschule und Universität will, dann kommt man da eigentlich nicht dran vorbei und das ist der Grund, weshalb viele Familien ihre Kinder dann eben auch auf diese Nachhilfeschulen schicken. Die Kinder, die verstehen, glaube ich, zum Zeitpunkt der Nachhilfeschule nicht immer ganz so genau, was eigentlich abgeht. Also ich zum Beispiel habe in dem Alter, in der 10. Klasse auch noch nicht, hätte mir jemand gesagt, Junge, du bist jetzt in der 9. Klasse, wenn du in die 10. Klasse kommst, du kommst auf die Oberschule und es ist super wichtig, dass du auf eine gute kommst, ansonsten ist deine Zukunft viel schwieriger. Hätte ich gedacht, wie, meine Zukunft? So weit kann ich gar nicht denken, was da jetzt genau los? Das versteht man halt, glaube ich, in dem Alter auch noch nicht, was für Implikationen das wirklich hat. Das heißt, die Eltern üben da natürlich dann eventuell auch einen gewissen Druck auf und sagen, Junge, lern, du musst lernen, du musst auf die gute Oberschule, geh jetzt in die Nachhilfeschule, mach das jetzt, wir bezahlen dafür, wir bezahlen viel Geld für diese Nachhilfeschule, geh da jetzt hin. Ja, das bekomme ich auch immer mal wieder mit. Also das ist auch der Grund, weshalb viele immer sagen, ja, in Japan Schule, das ist so hart. Die Schule an sich ist gar nicht so hart, sondern was wirklich hart sind, sind diese Nachhilfeschulen. Und der Druck kommt nicht von den Schulen selbst oder von den Nachhilfeschulen, sondern der Druck kommt in der Regel von den Eltern, die nämlich wissen, dass es super wichtig ist, das zu machen und ihrem Kind sagen, Junge, jetzt streng dich an, mach das. Da kommt der Druck. Also der Druck in der japanischen Gesellschaft, die Schüler, kommt eher von den Eltern und natürlich auch in gewisser Art und Weise von dem System, was hinten dahinter steht, aber vor allem von den Eltern. Das heißt aber auch, dass Kinder, die auf Nujuku gehen, so gut wie gar keine Freizeit haben. Ihr erinnert euch vielleicht an eine Freundin, mit der ich auch eine Roomtour gemacht habe, die in Kyoto, die auf der Kyoto-Universität war, eine der besten Universitäten in ganz Japan und die habe ich auch gefragt in dem Interview und die hat ihr auch erzählt, sie hat wirklich von morgens bis abends gelernt während der Oberschule und der Mittelschule und ja, hat eigentlich ihre komplette Freizeit in der Schule verbracht, um so viel zu lernen, dass sie dann die Eintrittsprüfung an der Kyoto-Universität irgendwie schaffen kann. Und das ist auch der Einsatz, den man meistens braucht. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, ihr müsst im Grunde, wenn ihr in der 9. Klasse seid, schon den Stoff der 10. Klasse abgeschlossen haben, damit ihr überhaupt irgendwie eine Chance habt, mit all den anderen Leuten, den Kindern, die genau das Gleiche machen, zu konkurrieren, um auf die besten Schulen zu kommen. Was halt irgendwie Wahnsinn ist, aber so läuft das Ganze. Und da kommen wir auch schon eigentlich zu dem großen Problem mit diesen Nachhilfeschulen. In Japan gibt es, wie gesagt, ein Pflichtcurriculum, so könnte man sagen, das ist landesweit gleich. Das ist ein Curriculum, in dem steht, das und das sollte ein Japaner bis zum Abschluss der 9. Klasse gelernt haben. Und dieses Pflichtcurriculum, das wird in den Schulen hier auch gelehrt. Das Problem ist nur, das ist vom Niveau her nicht wirklich ganz so hoch, sondern das sind nur die wirklich absoluten Basics, die man können muss. Und darüber hinaus wird in der Schule nicht wirklich was gelernt. Das heißt, die Schulen bereiten einen auch nicht wirklich optimal vor, hinterher auf eine gute Oberschule oder Universität zu kommen. Sondern das ist nicht Sache der Schule, so könnte man sagen. Und deswegen hat sich auch diese Economy, dieser Juckel der Nachhilfeschulen überhaupt erst entwickelt. Und deswegen kann man die auch nicht einfach so aus dem japanischen System wegradieren, weil wenn du die Nachhilfeschulen abschaffst im Grunde, müsstest du das Niveau der Oberschulen und Universitäten auch komplett absenken, was aber dann die Universitäten und Oberschulen nicht wieder wollen. Und wenn du sagst, ja aber wir müssen das so machen, dass man alles in der Schule lernt, müsstest du das komplette Schulsystem im Grunde umbauen, was im Grunde auch niemand will. Das heißt, die Juckel, die Nachhilfeschulen, haben eine ganz gute Position. Ich meine, da sind auch, was weiß ich, wie viele tausende Lehrer japanweit beschäftigt an diesen Schulen und die können natürlich auch einen relativ hohen Preis dann nehmen, weil die wissen, ja die Schüler kommen. Die wollen auf eine gute Oberschule und Universität, die kommen sowieso zu uns, da können wir auch ein bisschen mehr nehmen. Und die Kinder oder Familien, die sich das nicht leisten können, die haben ein Problem, weil die einfach überhaupt nicht in der Lage sind, mit denen, die sich das leisten können, zu konkurrieren. Und dann am Ende kommen sie natürlich auf schlechtere Schulen, schlechtere Universitäten, und erhalten in der Regel auch schlechter bezahlte Jobs. Im Grunde sind also diese Juckel zu einem Teil des Schulsystems geworden. So würde ich das jetzt einfach mal nennen. Die sind ein Teil und jeder sagt, ach die sind optional, du musst das ja nicht machen. Aber die Realität sieht so aus, dass man es in der Regel machen muss, weil man ansonsten nicht wirklich eine Chance hat, mit den anderen zu konkurrieren. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, was ist das für ein System? Ich meine, Deutschland ist da natürlich grundlegend anders strukturiert, weil in Deutschland gibt es das Abitur und mit der Abiturnote bewirbst du dich an der Universität. Das heißt, in der deutschen Schule auf dem Gymnasium lernst du alles, was du brauchst, um die Abiturprüfungen gut bestehen zu können. Und das ist hier halt nicht der Fall, sondern hier lernst du in der Schule nicht alles, was du brauchst, um eine gute Eintrittsprüfung zu schreiben. Und da ist, glaube ich, der ganz, ganz große Unterschied zwischen Deutschland und Japan. Und deswegen gibt es in Japan, ich meine, in Deutschland gibt es auch Nachhilfeschulen oder Nachhilfelehrer, aber längst nicht auf dem Level, wie das in Japan der Fall ist. Also Japan und Nachhilfeschulen ist was komplett anderes als das, was ihr aus Deutschland kennt. Das ist hier, im Grunde ist hier wirklich ein kompletter Businesszweig, ein kompletter, die haben ihre eigene Ökonomie, so könnte man sagen. Also da gibt es Nachhilfeschulen, die sind landesweit bekannt und auch unter denen gibt es wieder ein Ranking, so dass man sagt, okay, wenn du auf eine richtig gute Universität möchtest, also sowas wie Tokio-Universität oder Kyoto-Universität, dann musst du auch auf eine der besten Nachhilfeschulen gehen, die natürlich am nachgefragtesten sind und am teuersten sind, weil ansonsten lernst du auch auf der Nachhilfeschule nicht genug, um hinterher auf die Uni zu kommen. Also es ist komplett Wahnsinn, ehrlich gesagt und dieses System sorgt meines Erachtens nach natürlich auch dafür, dass es eine starke Ungleichheit hinterher im Job gibt und dass einfach Familien oder Kinder, die aus Familien kommen, die wirtschaftlich nicht so stark sind, ganz, ganz große Probleme haben, auf gute Schulen zu kommen hinterher. Und ein Teil des Problems sind natürlich auch die Universitäten und die Oberschulen, die die Eintrittsprüfungen extra schwer machen, weil die wollen natürlich nur die besten Schüler haben, aber die die extra schwer machen, so dass es halt wirklich unmöglich ist, das alleine irgendwie zu lernen, sondern ohne eine fähige Nachhilfeschule hat man halt leider Pech. Das sind also Juku in Japan, Nachhilfeschulen und das ist die harte Realität eines Schülers in Japan, so könnte man sagen. Man muss dazu sagen, es ist in den letzten Jahren ein wenig, ein Tick besser geworden. Das war vor 10, 20 Jahren noch ein bisschen härter, was einfach daran liegt, dass in Japan weniger Kinder geboren werden und dadurch, dass weniger Kinder geboren werden, aber nicht unbedingt die Universitätenplätze und so direkt alle abgebaut worden sind, kommen weniger Kinder auf mehr Plätze, was heißt, dass der Wettbewerb unter den Schülern, unter den Kindern nicht ganz so groß ist in den letzten Jahren, wie es mal vor 20, 30 Jahren der Fall war, was dann eben dazu führt, dass es ein bisschen lockerer und einfacher wird. Aber auch heute ist es noch, wenn ich die Kinder hier beobachte, wie viele da in die Juku gehen müssen und wie viele auch einfach, ja, damit kämpfen, vielleicht innerlich, auf welche Oberschule soll ich gehen? Das war auch bei Mayes Bruder, dem Tenchan, so der Fall. Er hatte verschiedene Oberschulen zur Auswahl. Die eine war zu gut für ihn, die andere war aber eigentlich zu schlecht für ihn und ja, die Kinder, für die ist das natürlich auch Stress und Druck, weil die wissen, ich muss auf eine gute Schule, aber verstehen auch gar nicht so richtig, warum das eigentlich der Fall ist, weil man natürlich keine Ahnung vom Arbeitsleben hat und vom gesellschaftlichen Leben als Erwachsener. Und das übt schon eine Menge Druck auf die Kinder aus, denke ich, wenn sie dann vor dieser Entscheidung stehen und je nachdem, wie die Eltern sich dann verhalten, wird es natürlich nochmal schlimmer. Also kein optimales System, wie ich finde und die Nachhilfeschulen stecken sich, machen sich da auf jeden Fall ordentlich die Taschen voll mit diesem System, aber es ist halt auch nicht so einfach zu ändern. Das ist das große Problem. Also wenn jemand da reingehen würde und würde sagen, okay, wir wollen das jetzt reformieren, das müsste schon eine ziemlich große Reform sein und dann hätte man das Problem, dass man all die Nachhilfelehrer, die da sind und all die Nachhilfeschulen, die würden dann wahrscheinlich pleite gehen, wenn man das System grundlegend reformiert, dass man die nicht mehr braucht und da haben die natürlich auch eine ganze Menge dagegen. Also es ist ein bisschen, es ist ein System, was problematisch ist, würde ich sagen, aber es gibt auch keine einfache Lösung dafür und niemand will das lösen und niemand will anfangen, das zu reformieren, weil die Leute alle ganz genau wissen, was da für ein Rattenschwanz mit dran hängt und das zu machen, da traut sich in der Politik auch niemand wirklich dran. Deswegen bleibt es momentan so, wie es ist. Mich würde interessieren, ob ihr davon wusstet, ob ihr wusstet, dass das ein Problem ist und ob ihr wusstet, wie genau dieses System funktioniert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ansonsten soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan und die japanische Gesellschaft, in dem Fall heute auch das Schulsystem lernen. Schaut auch noch mal gerne in die Videobeschreibung, da gibt es noch einige Links, über die ihr mich unterstützen könnt, unter anderem durch eine direkte Spende. Dann gibt es eine Menge an japanischen Online-Kursen, Rabattlinks in der Videobeschreibung und natürlich unseren Online-Shop www.washindujp.com. Schaut auch da gerne mal vorbei. Vielen Dank für's Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye!